Immer wenn ich mit dieser Frau, die sich Kuratorin nennt, telefoniert habe, habe ich das Gefühl, dass sie mir gar nicht... Sie hört mir einfach nicht... Du, Julia, du musst mir schon zuhören. Aber wenn du mir deine Skulptur ankündigst, muss ich doch davon ausgehen, dass du mir damit sagen willst, dass du diese Skulptur in meiner... Ich wiederhole. Erstmal ein Espresso. Adramid, Espresso gemischt. Auf einmal bin ich konzentriert, bin schnell, habe kein Problem, die ganze Nacht... Anna, du musst dich an unserem gemeinsamen Ehe-Termin schon genauso halten, wie an alle anderen Termine, an die du dich sonst auch so akribisch... Eine Verabredung ist eine Verabredung! Meine heutige Twitter-Nachricht lautet... Mit Freunden mal ein Bier trinken. Das muss doch drin sein. Das Gemeinschaftsgefühl der Bullshit-Mitarbeiter wurde durch das Gemeinsam Erlebte extrem gestärkt. Viertausend Abonnenten? Verfolgen inzwischen mein Leben? Die Welt geht unter und was machst du so? Ich? Ich mache weiter so... Nee, kann ich nicht zurückrufen? Nein, 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 ich muss mich zumindest noch schnell... Oh nein, jetzt geht alles kaputt! Ich ruf dich zurück! ARD Text im Auftrag von Funk